Komm in den Posthof Linz zu den Live-Konzerten. The Crook Shadows sind einer der angesagtesten und originellsten Live-Acts der Electrowave-Gothic-Szene und werden in den USA und Europa kultisch verehrt. Am 9. Dezember kommen sie in den Posthof. Winston Foster, alias Yellowman, war in den 80er Jahren der erste echte Dancehall-Superstar und auch heute ist die Popularität des Albino-Rasters ungebrochen. Erlebe Reggie vom Feinsten am 10. Dezember. Learning English with Austrofred am 16. Dezember im Posthof. Polish up your English mit dem Champion. Zentrale Lerninhalte, Greenhits und Austropop-Antiquitäten.